So, hallo. Wir sind jetzt hier im zweiten Teil der zweiten Mission, der erste Kontakt bei den Siedlern 2. Willkommen zurück. Wir sind genau da, wo wir aufgehört hatten. Lehnt euch zurück, schnappt euch einen Tee. Oh, diese Fahne ist gnadenlos überlastet. Ich hoffe, die Esel werden relativ schnell gezüchtet. So, jetzt haben wir hier auch noch meine Verbindung. Das ist auch so ein cooles, eine gute Verbindung hier. Ich sehe hier unten nichts mehr, was weiter interessant wäre. Woran fehlt es denn? Am Holz? Das ist ausgelastet und das ist noch nicht fertig. Dann hoffe ich, dass das Holz ganz schnell hier runter geht. ausgelastet und das ist noch nicht mehr. So, jetzt ist es so ein Schwergermittel. ein schwert wieviel soldaten habe ich denn 26 ist doch eine gute zahl wir halten ja mal drei in reserve nachungsmitteln haben wir auch genug haben sogar noch was eingelagert ist doch schön zu sehen fleisch der hat fisch der hat fleisch vielleicht kriegen wir das auch mal hin hier ein bisschen mehr holz rüber zu bringen dass die gebäude fertig werden unser holzfäller hier arbeitet kräftig holzt hier die gegend ab jetzt haben wir hier schon schön viel mehr platz bevor ich jetzt weiter baue würde ich jetzt erstmal warten hauptsache ist dass das sägeweck hier unten seinen betrieb aufnimmt das verbinde ich hier auch noch mal damit wir hier einen direkteren weg bekommen und da setze ich noch mal ein sägewerk mitten rein platz ist ja jetzt da wir haben baumstämme gelagert aber kommen wohl nicht hinterher mit dem holz aber das sägewerk ist jetzt fertig super da ist wieder ein schild ein neuer soldat und münz prägen funktioniert auch jetzt ist die frage woran sehen wir ob die münzen im gebäude sind wurden überhaupt schon münzen gemacht ist auch eine gute frage die eselszucht sollte auch weiter gemacht werden die ist mir eigentlich am wichtigsten jetzt der kamerad arbeitet und arbeitet schon auch einwandfrei direkt zwei hölzer kriegt da kommt das nächste und nummer eins sauber jetzt kann es ja nur besser werden das sägewerk ist auch fast fertig schon oder es sieht jedenfalls so aus und da ist noch sogar holz geliefert da sind unsere erste münze irgendwo na ich habe die doch gerade gesehen da ist sie hängen wir uns erstmal hier hoch wir sehen wenn dann die münze verschwindet wird aus diesem genau wie jetzt wird ein anderes schwert draus und es war ein Gefreiter Unteroffizier, Offizier und General der ist wieder eine Münze die geht wohl nach oben ja sie geht noch weiter nach oben vielleicht direkt in den Wachtturm hier wow 26. Tag des dritten Monats meine Befürchtungen haben weitere Nahrung erhalten meine Leute fanden eine Stoffpuppe und zwei Speerspitzen wie sie bei nubischen Völkern üblich sind und diese Artefakte sehen nicht sehr alt aus das ist dann wohl hier oben dann bauen wir hier oben nochmal so einen großen Turm da setzen wir nochmal Gelehrte ein Erkunder 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 hey da haben wir Hafenflaggen Wasserweg bauen können die Leute übers Wasser laufen das sehen wir ja dann gleich Eselszucht wie schaust du aus nicht gut dann bauen wir hier oben nochmal einen Bauernhof und ein Lager dazu ein Holzfäller und ein Förster und ein Sägewerk genau das sollte passen unser Lager ist fertig sehr schön hier brauchen wir Holz und hier da kommt es Eisen haben wir genug ja Eisen haben wir noch genug Kohle ist interessanter eigentlich Tagebuch des Octavius vierter Tag im vierten Monat des zweiten Jahres es war zu erwarten wir sind auf ein nubisches Volk getroffen zunächst verlief alles sehr friedlich sie erzählten uns sogar von ihrem Heiligtum und schnell wurde klar dass es sich dabei um eines dieser Tore handelt aber sie weigern sich uns Zutritt zu ihrem Heiligtum zu gewähren wir werden darum kämpfen müssen ok einfach fragen hat also nicht funktioniert und dann töten wir direkt hier ist die Landesgrenze der Nubier na dann zu den Wachen oder wie ein Boot so so gut dass wir das hier nicht brauchen noch nicht besetzt hier muss Holz hin dieses Brett da hin unbedingt ach Mensch wohin tragt ihr das nur hier her bitte oh wow schon ein Offizier wenn ich das richtig im Blick hatte ist Silber der Offizier genau und dann nur noch eine Stufe dann haben wir da schon einen Supersoldaten ja der müsste jetzt gleich ein Supersoldat sein das packen wir mal hier hoch dann sehen wir das auch super die sind ausgelastet unser Holz wird weniger das ist auch gut Stein haben wir noch genug auch gut weil der hier langsam keinen Stein mehr finden wird dann bauen wir mal vorsichtshalber hier oben direkt nochmal einen Steinbruch machen wir gleich zwei draus ne den setzen wir hier hin dann kann der hier abbauen und der kann hier abbauen da ist Stein da oben vielleicht auch nochmal ne aber das ist ok und wir haben ein General auch gut ganz schön viel Holz hier oben wie wäre es mit Holz hier unten kann man das irgendwie einstellen welches Gebäude Warenproduktion Holz nach oben Verteilung Inventur ja bringt mir auch nichts das auch nicht Schiffsregister ne Militär das ist die Rekrutierungsrate die ist hoch Verteidigung ihrer Hütten ja immer durch den stärksten ist ja nicht schlecht wie viele Gegner entgegen laufen ja nicht so viele das muss ja nicht unbedingt sein das ist Landes Innern Mitte und Grenzen ja das ist ok da kommen wir auch voran da kommen wir auch voran da haben wir einen Holzfäller an neuen ein Förster dazu ja als hätte ich es gerochen dann wird der Kamerad auch nichts mehr haben ja oh man ah die Eselstucht wächst endlich endlich der baut hier noch ein bisschen was ab auch gut könnten da unten nochmal eine Schweinezucht bauen ja eigentlich ein Bauernhof muss man den Platz schön nutzen die Fleischerei könnte mehr Schweine vertragen holen wir mal einen Gelehrten hierher vielleicht finden wir nochmal Wasser die Grenze hat sich verschoben dann baue ich hier auch nochmal eine Wachstube und hier hätte ich gern nochmal Gelehrte und Erkunder und hier warten wir noch kurz dann können wir hier gucken da ist jetzt eine Münze drin da brauchen wir jetzt keine mehr da ist jetzt eine Münze drin da brauchen wir jetzt keine mehr so setzen wir hier eine Wachstube und schicken Erkunder aus da oben ist nur Kohle auch gut ich habe seit 30 Minuten nicht gespeichert na dann speichern wir noch einmal da ist noch einmal ein bisschen Stein da ist noch einmal ein bisschen Stein da ist noch einmal ein bisschen Stein und Wasser Eselszucht wir haben doch hier Warenverteilung Verteilung Eselszucht Wasser braucht sie auch gut der kriegt auch seine zum Update kein Angriff möglich und dann ist das hier ein nubischer Turm so wie unsere hier dann gehe ich nochmal ins Militär und fülle das hier auf müssen ja jetzt Soldaten kommen genau das ist also eine Fischerhütte das ist eine Baracke so hier kommt die Unterstützung Ach eine Münze hat dann direkt beide an Level hoch ja dann ist gut wenn wir das Gebäude voll machen bevor wir hier Münzen reinstecken das will ich dann sehen bei der nächsten Münze das will ich dann sehen bei der nächsten Münze ein Esel wir brauchen hier unten die Esel überall mit einem fangen wir nicht viel an aber ich denke bevor wir hier in den groß in den Krieg ziehen würde ich sagen beenden wir die Folge hier und nächstes Mal gucken wir dann ob wir hier den Gegner fertig machen können oder auch nicht ich denke das finden wir dann raus Ciao Ciao